Was ist die Erfahrung mit neuen Medien in der Volkshochschule? Was den Teilnehmern geholfen hat, von Erfahrungen der Kollegen zu hören, was es an neuen Medien gibt in den anderen Volkshochschulen, wie sie eingeführt wurden, wie Lehrende daran geführt wurden und wie es umgesetzt wird teilweise. Also ich hoffe, es war fruchtbar. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja selber auch viel Erfahrung und die Erfahrung mit den anderen zu teilen, hilft einem den besseren Überblick zu bekommen und auch neue Ideen von dir, von den anderen aufzunehmen und vielleicht selbst in der eigenen Volkshochschule auszuprobieren. Also schön war zu sehen, auf jeden Fall, wie manche Teilnehmerinnen Tipps gegeben haben und jemand anderem meinte, ach ja, gute Idee, werde ich mal umsetzen oder ja, das war sehr... Genauso wie es sein sollte. Ja, das war auch das Spannende, das Miteinander, dass es da keinen Vortragenden gab, der nur das Wissen gab, sondern jeder hat ein bisschen von seinem Wissen mit den anderen geteilt. Genau, das Beste ist immer, wenn solche Sessions so laufen, dass sie fast Selbstläufer sind. Dass man quasi nur noch gucken muss, in welche Reihenfolge die Meldungen kamen oder welche ist direkt relevant. Ja, von hier auch. Dankeschön, Patricia.